Heute am Mittwoch am 13. September sind wir am Fahren. Es hat jetzt die Züge gewinnt für Bofor. Ja, genau. So. Jetzt sehen wir uns die Züge. Das war ein Vorkfederlte. Das ist trotzdem... Nein! Ich habe jetzt noch ein Wut lassen. Das war die Böe. Und wie ich ihn selber ausbrickst. Vielen Dank. Er ist immer noch vor dem Spiden. Wie gesagt, zwischen ihnen gibt es immer Windspitzen, die ecklig sind.